was geht meine freunde zu einer weiteren folge my time at porsche ja hier auf meinem kanal in der letzten folge haben wir ah guck mal bronze lebt gut das lebt gut guck mal der sagt fuel kann man hier mit was anderem fuelen geht scheinbar nicht geht scheinbar echt nur holz das macht mein herz traurig korrekt im fiber cloth das hier wurden bord so leute wir können jetzt uns erstmal ganz gediegen dass wir machen das können wir direkt anziehen aber leute zieht euch das rein wie hübsch wir hatten vorher so ein t-shirt mit einem tippen drauf und jetzt sehen wir schon langsam aus wie so ein clubgänger der das eine oder andere mädchen vielleicht sogar küsst wer weiß das schon so genau so sieht echt cool aus ich feiere das spiel einfach das spiel ist gut muss man sagen unglaublich unglaublich so wir können jetzt aber auch noch gleichzeitig endlich small planter box bauen animal kaka brauchen wir noch so danke jetzt haben wir das gecraftet jetzt können wir das auch mal platzieren so und jetzt müssen wir weed anbauen so check start dozen was lb lb ist das hier two days so wir haben aber a fertilizer genau nutze ich mal okay ich glaube ich sollte nicht zu viel fertilizer oder kann ich da jetzt einfach noch mal fertilizer drauf ballern ich weiß nicht genau ob das jetzt gut war dass ich so viel gemacht habe auf einmal aber was feststeht ist dass wir jetzt das anbauen können okay leute wir haben hier ember island brücke steht map hat aktualisiert da sind die hasardus runes ich habe gedacht die sind hier die maps auch gar nicht so klein eigentlich ne wir müssen irgendwie dahin kommen ach cool es können updates installiert werden vielen dank windows für diese nachricht das interessiert meine zuschauer safe auch oder schreibt es in die kommentare ich sehe gerade facecam facecam wie geht es dir eigentlich seit gestern ich sehe gerade ein bisschen drehen müssen aber ey geht doch weg meldung jetzt steht die meldung da leute moment kurz kurz mal weg machen so dass sich hier manchmal erlaubt wird der pc eiskalt so ähm okay wir haben jetzt hier small 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 planter box ganz viele small planter box aber müssen uns eigentlich nachhaltig viele vom bauen warte mal was mit glas wir haben doch glas aufgabe oder nicht normal mache ich und glas natürlich nicht angefangen so ein gauner wir haben nicht in nachverbot und wir brauchen noch fünf data disks für research center weil die ja meinten ähm data disks fünf genau für diese infestation von den pan beds und wir brauchen geld wir müssen work table level 2 machen ok leute ich wäre mal dafür dass wir mal so langsam warte ich gehe mal ins inventar leeren ich wäre dafür dass wir mal so langsam äh uns mal unser work table bauen und mal diese dd transport dinger und sowas kaka von das das kann weg das kann weg das ist eigentlich schon hergestellt wir brauchen auf jeden fall mehr storage das kann weg wir brauchen auf jeden fall mehr wurden storage das brauchen wir für uns deutsch noch mal einfach nur wood einfach geht es nicht alles klar da rubber fruit über das holz scheint weg zu sein ne tower ist groß manchmal ok ich denke mal hier kann ich jetzt auch einen cut setzen solange ich hier ein bisschen holz hole ok das sollte erstmal reichen was mir gerade auch aufgefallen ist wir haben mittlerweile richtig ernst zu nehmen das stamina 304 haben wir schon solide so aber jetzt was ich machen wollte ist ja ein boden storage einen kann man safe noch machen on top so den kann man auch dann hier hin platzieren und da können wir wieder ressourcen rein tun aber gucken das hier nicht moment ojojo mal gucken ob es rauskarte ich glaube auf jeden fall genießt für die leute die es interessiert was ich gerade getan habe ich habe gesehen wir haben das hier und das hier und das hier soll jetzt nicht unbedingt ich will natürlich alles nichts doppelt in einer box haben wisst ihr so jetzt machen wir erstmal wieder wooden board machen wir wieder fünf stück hier wollte ich leder herstellen dafür brauchen wir ok easy peasy kriegen wir hergestellt nicht easy peasy aber das ist easy peasy so dann gehen wir einfach jetzt zu den lamas und holen uns da ein bisschen was data disk 5 müssen wir auch noch abgeben das würde ich gleich auch noch gerne machen und commercial commission läuft an oder ich muss gucken mache ich glas ich gauna glas läuft ok jetzt gehen wir aber mal zu den lamas und klären mal hier dass wir die hier ein bisschen attackieren können wir können auch ein bisschen kaka sammeln das sind aber wenig lamas hallo brücke zu amber island die wir gebaut haben hey 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 manchmal dreht der sich irgendwie mal komisch weg komm her colorful lama so gib uns nicht one few sondern normales animal kaka die sollen noch stehen bleiben oder wo habe ich das leder her weiß ich jetzt gar nicht ich weiß nämlich nicht wo wir echt dieses leder herkriegen aber es macht keinen sinn dass es für andere tieren gibt ich kann mir nicht vorstellen dass das hier selten ist na guck mal die schönen lahmen auf dem weg auch nicht gut hm ok geben die das vielleicht level up richtiger bob auch nur meet ok machen wir mal hier ähm battle experience gained increased by 5% increased chance to receive one additional points after chatting ok wow krass naja komm wir leben erstmal wir sind erstmal hier stamina logging x damage ist auch gut ist schwer zu sagen ich würde natürlich auch ein bisschen gerne battle skill ne machen wir das mal weil warum nicht weil muck hier läuft bisschen fetzerei Leute klub 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 aber wo kriegen wir leder her jetzt mal ohne witz wo kriegen wir leder her da steht from loot aber welche monster müssen wir dafür attackieren ich kriege immer nur das getragene irgendwie nicht das was ich brauche ah da haben wir es ist einfach nur selten wir brauchen noch glaube ich erstmal nur zwei für ein leder jetzt will ich nämlich mal gucken ich will nämlich eigentlich gerade mal mit den data disks zum research center laufen und die da mal abgeben ach man kann den auch craften man ich bin so blind aber egal wir können gerade eh einen machen von daher die last braucht noch ein bisschen ey beruhig dich will der das hier attackieren ey das soll auch genug fuel haben sonst geht das auch noch irgendwann aus dann bin ich traurig ok wo sind meine data disks data disks wir haben nur 4 und 5 das macht mich traurig ok Leute wisst ihr was wir jetzt machen wir gehen jetzt ein bisschen geld verdienen habe ich mir gerade gedacht wir gehen ein bisschen sachen verkaufen a shiny yellow game fetched a good price das klingt gut sowas können wir verkaufen äh ja die restlichen sachen die sind so schön die will ich eigentlich nicht verkaufen was haben wir denn hier zum verticken stone tool da gibt 1 gibt 8 dann ganz ehrlich wir können doch unser stein was wir eh zu viel haben vervielfachen oder nicht ja das ist doch easy oder nicht also den stein lasse ich jetzt nochmal den wir hier haben aber wir haben eh so viel stein jetzt haben wir 20 dinger die können für 80 jeweils verkaufen was will man mehr Leute was will man mehr damit machen wir doch schon gut cashmash brauchen aber nichts boah ich hab gedacht wir haben schon den 19 und haben diesen äh termin verpasst diese event der ähm hellen sonne boah ich hab schon ein bisschen angst was ist das denn aporzellan ok Leute jetzt können wir verticken treceps verkaufe ich mal 30 hartbrot datopass kann man verticken klingt aber weniger wegen kontakt 120 so wollten wir noch irgendwas verticken ok ich glaube wir haben jetzt erstmal genug geld für dingens für dingens 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 um uns ähm unsere work table abzugraden wir können das auf jeden fall erstmal verschieben hey geh auf so old parts 5 wurden bohr zwacken ciao ok ich platziere die mal hier hin 20 wurden boards und 5 old parts so hm Leute brauchen wir noch ein bisschen was eigentlich nur die wurden boards die wir herstellen müssen kriegen wir bei zpz hin und sonst gehen wir jetzt einfach in die ruine und uns noch eine datadisc eine date macht lass mal in die ruine gehen weil da kriegen wir noch kupfer und so und damit können wir noch aktuell mehr mehr anfangen wenn man mal ehrlich ist nase nase ok das kriegen wir hin wir holen uns jetzt ein bisschen kupfer bisschen bronze und dabei natürlich ein paar datadiscs das kriegen wir natürlich direkt instant richtige ausrasterei weil wir voll die gut spitzer kamen so hey mach weg so ok ich denke mal hier das kann ich ja rauscutten solange ich hier noch die datadiscs suche und kurz als ich das gesagt habe kam natürlich genau die datadisc die wir noch gebraucht haben um die ecke und hat gesagt ey brudatzen ich hab bock mit dir zu chill und dann ist die gekommen die datadisc und lebt jetzt mit mir voll komischer komischer fall der hier passiert ich frag mich kann ich diese bäume hier ne kann ich nicht es ist django django beruhigt aber wir müssen uns beeilen weil commerce guild hat nicht so lange auf ich glaub es ist zwack nur pinkie beruhigt ich muss mich behalten ich kann nicht mit die flirten Oh, wer ist das denn? Ne, ne Leute Tut mir leide Nein, bleib doch da Ah, okay, gut Okay, sie hat jetzt genommen und analysiert die Jetzt müssen wir auf Diagramme warten scheinbar Laut Missionsbuch, da sind wir gerade dran Das wollen wir machen Das sind wir gerade dran, da sind wir gerade dran Perfekt, Leute, bei uns läuft gut Carol, wie geht's? Okay, schwer ziehen, weil Leute, es ist Nacht Das bedeuten immer stark Fetzereien, die hier stattfinden Guck mal, hier sind Lamas Hier sind noch mehr Vielleicht sind die höheres Level Oh, Level 7 Komm her Ha, hat er zueinander genommen Okay Ah, guck mal, da sind die Brüder Die sind gerade gegeneinander gelaufen Ja, ja, guck mal, der angelt jetzt auf Amber Island Weil wir ihm das ermöglicht haben Soll er mal dankbar sein Kein Auge machen auf uns Okay, ich laufe mal auch wieder Richtung Hause Richtung Hause Richtung Hause Oh Leute, das Spiel Das bockt echt krass, finde ich Was mich halt nur stört, ist Die Lags Und mein PC Das macht mich sogar ein bisschen traurig Vielleicht esst nicht, woher die kommen Wärmeleid passt, aber gut PC ist von drinnen sauber Okay, guck mal, wir haben hier Ein Leder Ah, und hier haben wir Guck mal Wir wollten ja Wir müssen Sowieso Von Wodenbord Müssen wir übelst viele machen Wo ist mein Holz Hab ich alles verpfeffert Normal verbrauch ich das Hardboot zu Holz So, dann machen Oh Okay Machen wir das mal da rein Das da rein Und das mal da rein Dann haben wir das Collected Dann haben wir hier Woden Storage Hardboot da rein Ich glaub, dieses Wo haben wir das denn? Leder Wir haben jetzt gar nicht die Dinger hier verkauft Aber jetzt hab ich da irgendwas reingepackt Was denn nicht reingehört Scheint aber nichts wichtiges gewesen zu sein Weil alles irgendwie doch dahin passt Das passt nicht mehr Dann muss das in die Box Und da haben wir Kupfer und so auch da Tin zum Beispiel Iron Manganese Ne, passt schon alles So, wir brauchen mehr Wooden Boards So, wir brauchen 20 Wooden Boards insgesamt Und wir wollten jetzt noch ein zweites davon bauen Soil und Animal Feaces Soil und das brauchen wir noch Dann kommt nämlich Das hier Sehr gut Aber direkt wieder rein mit den Sachen Damit die Nicht hier einfach so unnötig rumlungern So Sehr gut Das heißt, wir können jetzt das hier anbauen Das heißt, wir können jetzt das hier anbauen Läuft bei uns Das war's auch schon mit dieser Folge wieder mal Das ist echt traurig Das Spiel bockt echt Ich würde am liebsten 40 Minuten oder 15 Stunden Videos machen Aber Leute Wir müssen noch mal langsam die Möbel integrieren Sieht noch sehr leer aus Aber ich danke euch fürs Zuschauen Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Wenn ja Lasst einen Kommentar da Eine Bewertung Das würde mich sehr freuen Und ich würde sagen Hau du ein Bis zum nächsten Mal Tschüss